Vor der kurzen Seite aussitzen, durch die ganze Band wechseln, dabei Tritte verlängern, auf dem Zirkel geritten. Auf dem Zirkel geritten. Zur geschlossenen Zirkelseite Abteilung im Arbeitstempo Galopp. Marsch. An der langen Seite Galopp-Sprünge verlängern, an der kurzen Seite im Arbeitstempo, an der langen Seite Abteilung im Arbeitstempo Trab. Durch die ganze Band wechseln, dabei Tritte verlängern. An der kurzen Seite im Arbeitstempo Leichtrafen. An der kurzen Seite im Arbeitstempo. An der kurzen Seite des Sprünge zur Kurze und der Kurze von der Kurze von der Kurze und an der Kurze von der Kurze von der Kurze Oh, oh, oh.